Hi und herzlich willkommen zu Pound Attack. Ich bekomme ganz, ganz viele E-Mails, in denen mir die Leute schreiben, dass sie super gerne mehr machen würden für ihre Fitness, für ihre Figur, für ihr Wohlbefinden, aber dass sie es einfach nicht so richtig schaffen, Workouts regelmäßig in ihren Alltag zu integrieren. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil es funktioniert einfach nicht, wenn du ab und zu mal trainierst oder hin und wieder richtig lange trainierst, aber es nicht hinbekommst, so eine Regelmäßigkeit in dein Training reinzukriegen und die Workouts in deinen Alltag zu integrieren. Und aus diesem Grund habe ich mir wieder was Tolles für dich überlegt. Ich möchte nämlich den Einstieg erleichtern. Meistens ist es tatsächlich so, dass der Einstieg das Allerschwierigste ist. Und wenn du erstmal den Fuß in der Tür hast, wenn du erstmal angefangen hast, dann wird es immer leichter und dann wird es irgendwann auch wirklich zur Gewohnheit. Es macht Spaß, du siehst die Erfolge, du bleibst dauerhaft motiviert und im besten Falle kannst du dir dann schon ganz bald gar nicht mehr vorstellen, dass du mal gar keinen Sport gemacht hast oder dass du so wenig Sport gemacht hast, weil das Training einfach so fest zu deinem Alltag gehört. Und um dir das einfach zu machen, den Einstieg zu erleichtern und dir zu zeigen, wie viel Spaß es machen kann, wirklich einen fitten und aktiven Lebensstil zu haben, habe ich mir eine neue 7-Tage-Challenge für dich ausgedacht. Das heißt, du kannst wirklich mit mir gemeinsam jeden Tag trainieren, 7 Tage lang. Diese Challenge ist absolut kostenlos. Du hast da irgendwie keine Verpflichtung, Vertrag oder sonstiges. Es gibt keine Fallen oder ähnliches. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich bitte hier unter dem Video einzutragen in die Warteliste. Ich sage dir dann, wenn es losgeht. Und du bekommst dann jeden Tag von mir ein Workout zugesendet, dass du von der ersten bis zur letzten Sekunde mit mir mitmachen kannst. Die Workouts sind alle ganz kurz. Das heißt, es sind wirklich 10 bis maximal 15 Minuten, die du brauchst, um richtig fit zu werden. Und ich höre ganz oft, dass die Leute skeptisch sind und sagen, Mensch, ja, aber das ist so kurz. Bringt das überhaupt was? Und ich kann dir versprechen, es bringt eine ganze, ganze Menge und du wirst in kürzester Zeit richtig tolle Erfolge spüren und auch sehen können. Denn es ist wirklich so. Es kommt auf die Qualität an und darauf, dass du das regelmäßig machst, dass du es in deinen Alltag einbaust und nicht darauf, wie viel du machst. Und genau das möchte ich dir zeigen mit ganz viel Abwechslung und Spaß. Du brauchst für diese Workouts auch nichts, außer eben diese paar Minuten Zeit. Eine Fitnessmatte ist gut. Wenn du keine hast, nimmst du ein Handtuch oder eine Decke als Unterlage. Und ansonsten brauchst du kein aufwendiges Equipment. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hättest, mit mir gemeinsam mitzumachen. Sieben Tage lang, jeden Tag ein neues Workout. Wir trainieren die unterschiedlichsten Schwerpunkte. Und es geht darum, wirklich rundum fit zu werden, dir den Einstieg zu erleichtern und dass du danach hoffentlich so viel Spaß daran hast, dass du weiterhin Lust hast, fitter zu werden und was für dich und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu tun. Also nicht vergessen, hier unter dem Video eintragen. Es kostet nichts. Es macht einen Haufen Spaß. Es ist viel Abwechslung. Es gibt sieben Tage lang, jeden Tag ein neues Workout. Und ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Bis bald. Ciao. Ciao.